Zack. Machen wir das mal hier. Hast du es gerade gehört? Was denn? Schelet, was ist verweckt? Ne. Oh. Nur realtà, das weiß ich. Normal, normal... Meredith, oder? Ein Minizombie, bääääää ... Er hat er? hatte hatte da konnte man das so einstellen mit weizen oder so dass die basic bags echt nur scheiße bringen und ich gerade zu wenig kino kraft multi das muss ich dann dafür ein ding herstellen wer ist das tweet 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 ich brauche das wird bongser weist das weiß ich nicht ja wie die beauty auge ich bin bei gäbe still ein bronzer ding da auf was kommt raus und gibt posten ich hab da eben gar nicht drauf geachtet eigentlich siehst du das ja und natürlich war nichts in der kiste irgendwas auf jeden fall du bist behindert wir wissen ja du bist behindert wir wissen ich bin ich da noch durch die spinne carpenter holz und witz dann habe ich glas ab na fackel glas habe ich noch zehn stücke ich kann noch panels einwerfen wie bräuchte dafür 5 oder so oder so was ist das so wenig ist und was braucht der noch zum bauern ja spinne taucht doch einmal hinter mir auf ist klar ich muss ich nicht bauen dafür will ich hoffen am arsch ich krieg da doch nicht drauf bin ich doof oder so ja bitte weil die feinde aktivieren obwohl da gar keine fläche mehr drin sind denkst du ach ja das war nicht das ding das war das andere haben wir hier drin kapital da was habe ich denn gesoffen ach so hier war aber noch ein fläschchen drin okay ist die kiste und geht das ding los könnte ich ja damit mal abschmeißen nein flash ist gerade am kräften ist nur ein bisschen vergiftet mir nicht ja nur ein bisschen gold gold ist es okay lass mich bitte in ruhe wie ein wilder kräften oder das ist gut wo ein raum habe ich noch hinter mir hinter mir und vor dir und mittendrin und überall rein du bist behindert bleibest du ein schwein was man so ding hier hast du das gehört ne bin oben irgendwas ist hier gerade explodiert und ja ich kann nicht bei dir fragen explodiert werden für sorgen keine ahnung warum hier eben was explodiert ist oder so ein hebel den dem ich doch gerne was nicht so schon erledigt werden oder hab ich nicht eingesperrt sorry zu hindust du hast mich eingesperrt weiß ich nicht weil ich lust hatte das jetzt echt gemacht war ja warum nicht den dreck hast du nämlich nicht gemacht nein das ist nicht gerade lustig wenn du das machst doch nein das ist sehr lustig jetzt nicht runter geht jetzt wieder die energie runter aber ich glaube ich komme mal wieder hoch erst mal ach ich reiß das einfach ab hier dann wollte ich so viel machen muss man ja neue fackeln besorgen da bin ich ja auch nicht auf dem stich ne köfte man das noch mal da brauche ich einen carpenter wasser ein bronze und drei eilen dafür brauche ich den carpenter und ich kann die glaube ich auch so rein tun die ersten zwei ebenen sind gesichert ich glaube das war so richtig sicher bin ich mir nicht mehr da ja mein katz und das bruschen einmal wasser das bruscht das bruscht das bruscht du bist tot ich weiß und i win außerdem habe ich extra nur einen rumgemacht gehabt carpenter das ding flash ist doof wie doof nee flash ist nicht doof wie doof doch flash ist spaß wie spaß pack ich spaß ja brauche nur ein eimer wasser kriege ich den jetzt am schnellsten natürlich das wasser ding ist voll ernsthaft bock drauf jetzt da habe ich echt bock drauf jetzt die drum ist voll ok die drum ist voll die drum ist voll lol alter hast du mich grad ernsthaft damit abgeworfen kauf alter ich habe keinen hunger mehr du affe aua da habe ich gerade echt bock drauf ja schuldig ich jubel dir irgendwelche alchemie kacke unter dem hut ja ja hast du ruhig mach nimm das auch so weißt du doch so jetzt füll das mal bitte auf ich brauche nämlich ein eimer wasser dankeschön weiter produzieren das musste sein eben nee 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 das musste nicht sein klar neeeeeeein dooooch warum auch immer weiß ich nicht eins zwei drei eins eins ah ne so ja ich darf mein pack da nicht reintun das muss der mese steht ne darfst du nicht wäre OP muss einfach back in 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 back auch mann ich brauche dennoch jetzt ist das der ernst wir haben 8000 color der frag nummer 36 46 verbauen noch das brauchen wir auch nicht und basic reicht oder drei gold drei weston einmal wasser ich nehme das mit den vier slots bräuchte dreimal gold 6 im weston das habe ich bestimmt nicht bei mir doch du bist ein sack sagt gesicht 1 2 3 so produzieren bitte und zwar schneller dali dali habe ich gesagt halligalli mach okay einmal ein warm mit wasser habe ich voll soll ich das hinstellen wieder hinten in oder hat er protected der drum ist nirly froh small amount under quarter Ja, small amount. Na gut, da ist sie mehr. Das hat nicht viel drin, ne? 2 Billions haben wir wieder. LOL. Cheater. Cheater. Da haben wir die ganzen Coins zusammengesteckt. A few drops. Dankeschön. So. Jetzt schmeißen wir das her. Ja, fucking. Mit den vier Facken da auf den da rein. Ähm. Ja, genug Cola haben wir noch. Checkweise. Ja, Cola haben wir. Klar, können wir auch herstellen. Ja, die können wir auch herstellen. So, wind? Warte, hier sind wir die Pipes. Ich glaub's ja nicht. Äh, jetzt brauch ich Ash. Ash, Ash. Ash Ketchup. Ash. Ah, nee, äh. Was ist das so ein Arschbiss? Ash. Ash, Ash, Ash. Dann brauch ich Buck Earth. Hol, bringst du noch was? Ja. Hol das. Ich glaub, du hast mir die Pipes dazwischen. Ich glaub's ja nicht. Wo? Pete? Ja, Pulverweiser und den Redstone-Furnace. Huh. Hast du jetzt mal Pipes geklaut? Die sind irgendwo. Ich weiß aber nicht wo. Ach ja, die sind ja unten im Keller. Tut mir leid. Was brauchst du echt für alles, ne? Anstatt welche Neue zu bauen? Nein. Warum soll ich denn Neue bauen? Für was denn? Ja, warum soll ich die auch immer brauchen noch? Äh, hier sind noch zwei drinne. Ja, egal. Was können Neuen bauen? Ich gucke, aber es ist ja eh grad nur Kohle. Hatten wir... Ah, Bock Earth. Da. Bock Earth. Du bist behindert. Jetzt brauch ich den Wettzernofen.